den ihr glück ich habe die aufnahme gerade angemachte ey quatsch ok mit dem kann ich hier nichts machen boah cool was? mach das doch mal progress only grassblock ja ne das nicht ich kapiere die Teile nicht irgendwie das müsste klappen oder? hier deine kiste die ist voll und du kriegst auch noch einen bonus eik ja das ist das ja wie habe ich das jetzt mit dem E hier gemacht? ehh ich brauche eine trashcan ich kapiere diese Teile einfach nicht ehh ok das ist ein modeling tool ehh wo bist du denn gerade? bei melvin auf der insel ehh das hier müsste Teile Rock sein ist Teile Rocks Insel nicht mehr geclaimed? nöö wow ok das ist ein modeling tool ich habe ja auch ich habe ja Raufen Zeug drinnen im Inventar ego da läuft man eben von der insel runter das geht komischerweise warum hast du gemacht du willst mein inventar zu ich hab nur noch ein ich will halt hier so eine kugel rauskriegen aber das machen die nicht jetzt muss ich mal gucken so mache ich das das heißt jetzt hast du eine kugel ich glaube jetzt von dem ich noch mal sein generator und dass wir sein system zu mögen können okay wie voll sind seine festplatten sagst du jetzt jetzt macht er wieder du nix warum hallo ich bin jetzt erst aufgefacht ist nicht schlimm er hat ja auch 22 yoga spielen und dachte selbst an 20 uhr und hat sich schon gewundert beide bleiben sie sind gerade ergang hat die rox ich nur dort ein system zu melden nicht die rox da meine ich doch was ich würde sagen die rox müll gerade melvins system zu ich nehme da alle meine bits aus meinem big ich setzte mir gerade holz eier ein geil das darf man mal wenn die sagen was macht denn der typ gerade überhaupt keine ahnung auf jeden fall habe ich gerade extremst viel viel fun 8800 bits von einer sorte in das system die dinger fetzen ja wenn melvin das rausfinde nicht bitte bei mir ich bin gerade dabei mein sagt leer zu machen sag jetzt nicht dass das dass sich twitch irgendwie aktualisiert hat und ich deswegen irgendwie das modpack neu installieren muss äh nö bei mir gab es die letzte mal jetzt kein update weil bei mir sind ist nämlich hier dass das ding ist nicht mehr drauf dann hast du es vielleicht gelöscht aus versehen ne ne da bin ich mir sicher ich habe es definitiv nicht gelöscht schnell neu installieren dann mobb dich dein pc oder so das war hier das ftp 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 skyfactory 3 ja wird heruntergeladen er hat 11.000 von der einen bit-sorte in dem system schon ich habe ja hoffen halb runde löcher gemacht bei dem und hoffen holz eier hingesetzt ich habe mir hier von extra bit manipulation die ganzen dinger hergestellt aber er will ja nicht er kommt nicht online und sarah ihr komisches zeug ist ja immer noch da so genau der hat halt schon wieder milliarden von eiern und der hat die ganz großen festplatten ich glaube ich habe nicht genug bits oh wow äh wir bräuchten bloß coverstone generator anschließen hat der nicht noch einen sagen wir es so ich habe mehr als drei stück noch glaube ich von den großen ja warte mal ich werde es dir auch noch erinnern und ich habe noch einen porter aber das habe ich auch noch alles das ist alles kein problem einen porter hat er nämlich aber glaube auch das dann einmal speedupgrades habe ich auch noch äh 12 stück 2 3 4 ähm Alter mir tut mein Zeigefinger weh das ernsthaft das ist jetzt äh ich nehme mal 2 davon jetzt habe ich Mais im Inventar schön und noch mehr Mais das boah scheiße wenn ich hat jemand ganz viele Eier ne er selber hat welche bei seiner Hühnerfarm ich habe meine ja alle verarbeitet er hat 400 Eier das wird nicht reichen ich habe jetzt gerade die Idee gehabt einfach ganz viele Hühner mit einem Trichter die alles die ganze Zeit in einem Importer füllen der würde voll auf mit Scheiß und Eiern ach Tyrox weißt du noch bei Sascha seinem Sky Projekt was dein ME was auf einmal voll war mit Cobblestone ja das erwarteten auch gleich oi er ist komplett gemutet das fetzt 1 2 3 2 4 5 6 7 8 und ich brauche noch ein paar Cables dann haben wir hier äh 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 ich habe gerade mit warte ich kann ja auch am Ende sagen wie viele Bits ich ungefähr bei ihnen reingeknallt habe so grob überschlagen ich habe da gerade irgendwas eingesammelt äh könnten sein dass du ein paar Bits aus der den eingesammelt hast ich habe meine nämlich gerade aus der den gedroppt scheiße worauf ich den jetzt hingesetzt da zählen bisschen äh Importer da und solange mein äh Mottenweg startet wo ich mir noch mal kurz was zu trinken ok oh mein Bitback ist leer jeden Moment ja und das wollte ich nicht ich wollte da ran und ich speed up kurz rein also Cable Stone müsste bei ihm jetzt auch losgehen mit Wandern ja ich sehe es welcher Stufe hast du für den Cable Stone Giant dahingestellt 2 Tier 5 2 Stück davon also grob überschlagen äh 30 30 also 31 also 31 also 31 also 31 wie das wandert alter das können wir toppen ich hole auch wenn Mutts wäre äh grob verdammt äh ich brauche meine Erzproduktion gerade nicht mehr ach ach shit ich hab keinen Dings mehr ja wenn ihr noch 2,3 da unten hinsetzt dann ist doch definitiv instant voll das Teil 2,3 ich hab jetzt grad 4 Stück ja gut sind zwar nur Tier 4er aber die kann ich eben noch upgraden ähm fuck wie tradelt man die denn nochmal ab ähm mit na hier äh zu Tier ach die waren nur Tier 3er Tier 4 machst du mit Blaze Swords und Tier 5 mit Emeralds ja äh hab ich noch Importer wenn nicht kann ich dir welche geben wenn nicht kann ich dir welche geben ich hab nur noch einen schade naja ich hab noch genug lass deinen bei dir drinnen ich spendier die Zwer 4 4 äh ist kein Problem ich hab über 60 Stück so wir müssen jetzt nur noch angeschlossen also ein Importer dran gesetzt werden so äh jetzt bräuchte man eigentlich nur noch Speed Upgrades dazu weil ich hab bei meinem jeweils immer 4 Speed Upgrades drinnen äh ne wir brauchen keine Speed Upgrades die kann ich bestellen bei mir äh ja der ist jetzt so bei 12,3k äh ich brauch noch Gold Gold äh Gold Printed Gold man sieht auch bloß bei der einen Festplatte wie die Zahl immer weiter höher steigt ich sag mal meine Python die dreht schon wieder durch aber es ist ja nicht so nooo ich kann auch aus meinem Inventar also aus meinem ME gerne noch was dazu steuern wo ist mein Cubistorn hin oh 195 habe ich bloß ja so wie viel Speed Upgrades hast du jedes Mal drin in jedem 4 Stück okay ich habe für zwei habe ich gerade die speed upgrades ich komme noch mal und habe auch noch mal vier stücke im inventar 34 1 2 3 4 da tue ich einen rein ich bestelle mal eben bei mir drei stück dauert einen moment weil die nur halb automatisch bestellbar sind das wird sich muss die amerikanischen system werfen und danach kann ich sie mitnehmen also im sekundentakt im sekundentakt wächst es um eine dreistellige zahl ja läuft so erster ist fertig oder müsste zumindest ja registriert wenn ich ihn reinwerfe der hat ja hier sogar noch drei leere festplatten drinnen dann nehmen wir doch einfach bei den anderen fest die anderen festplatten raus und hauen die mit uns im e-ringen nee warte ich habe eine andere idee lass die festplatten sein was hat er für festplatten 64k hat er nicht mehr ich habe 1k festplatten wer fiel von den 64k bitte ins system von dem ich habe alle jetzt dort reingeworfen weil es war ja das zweite disc grave was ich leer gemacht habe bei ihm die festplatten war auch noch komplett leer ja die kriegen wir auch noch voll 2k müsste ich auch noch hinkriegen wenn ich die nicht sogar noch habe das ist das und das können wir ausforschen mit dem dem und dem ja der ist jetzt ok ich habe gerade eine nachricht privat von ihm bekommen ich muss die folge sowieso hier beenden ja das war das war ganz viele kleine meteoriten ja ja Bis zum nächsten Mal.